Her und Willkommen auf meinem Namen Marcel Duffes. Heute seht ihr, ob ich Millionär werde oder nicht. Ich würde sagen, springen wir gleich rein ins Game. Wir sehen uns gleich in der Runde. Herzlich Willkommen bei Wer wird Millionär? Diese Kandidaten riskieren heute Kopf und Kragen auf dem Weg zu einer Million Euro. Hallo Leute, heute wird die Bühne brennen. Na jedenfalls im übertragenen Sinne. Unsere Kandidaten stehen in den Startlöchern und die Spannung steigt. Spielen wir Wer wird Millionär? Sie kennen die Gewinnpyramide und ihre 15 Stufen um die... Jetzt mal eine wichtige Frage. Welche Kandidaten... Hier ist eine neue Frage für Sie. Nennt man die Amerikaner... Nochmal. Mh, okay. Fuck off. Rockpin. Ähm, European Football. Mh. Also... Ich hoffe, es ist... Ich glaube, es ist die Amerikaner als Football. Nein, aber es ist definitiv art. Also... Ich glaube, es wird nicht die Originalmusik hören, weil ich die was anderes drunter legen werde, weil die Musik nicht Copyright werden muss. Copyright... Ist das Ihre Antwort? Ja, das ist definitiv meine Antwort. Warum? Die Wahl ist getroffen. Nun, man kann nicht immer gewinnen. Es ist die falsche Antwort. Sorry. Ach nein. In dieser Phase des Spiels darf ich einfach nicht verlieren. Leider ist jetzt alles vorbei. Wie traurig. Okay. Ich sollte vielleicht mal die Frage vielleicht ein bisschen besser lesen, dann wäre es vielleicht auch geklappt. Ich habe gedacht, welcher EA-Spiel vermarktet sich am besten in Amerika. Verdammt! Ja, nochmal. Rock! Ich tendiere zu D. Drauf, hopp, rein da! Und nun möchte ich wissen, ist das... Es ist teuerlich. Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst, denn hier ist die nächste Frage. Wer spielt Luke Skywalker in dem Film? Heißt, sowas machen wir heute nicht. So will das nichts. Ich glaube, er ist Marc. Ich muss Sie fragen, sind Sie sich sicher? Ja, das ist definitiv meine Antwort. Bitte. In Ordnung, der Computer hat Ihre Antwort bestätigt. Gut. Und noch ein Punkt für Hank. Ich glaube, das kam in der Folge Big Bang Theory vor. Es fällt mir bei, in der Serie kann man es mal vor mit dir zu legen. Was ist ein Gesellschaftstranz aus England? Brady House, Slow Fox, Rumble, 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 Digga, what the... Äh... Was gibt es denn da? Ja, Skin, 5050, Telefon. Digga, Haupttelefon. Dann rufen wir mal die Person an, die Ihnen bei dieser Frage helfen kann. Wer kann mir helfen? Cousine, Schwester, Schwester, Kollege. Oh, Vincent, du kennst doch. Ja, hallo? Worum geht's? Vincent, hier ist Hank. Ich rufe von Wer wird Millionär an und nicht wegen eines Kunden. Haha, sauber, Hank. Dann werde ich mein Bestes tun, dir zu helfen. Bin es ja gewöhnt, für dich Geld zu verdienen. Ich freue mich, dir sagen zu können, dass B die richtige Antwort ist, gerade heraus. Du wirst mich hoffen, dass es richtig ist. Sind Sie sich absolut sicher? Ich bin ja nicht, Vincent. Das ist definitiv meine Antwort. Nun ist es soweit, die richtige Antwort herauszufinden. Prima. Ja, Vincent, du bist ein guter Junge. Okay, das war gut. Noch eine Antwort für mich. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Oh, was sind das für Fragen, ey? Digga, was sind das für Fragen? 50-50-Gammer. Vorsicht ist geboten. Und deswegen entfernen wir jetzt auch zwei falsche Antworten. Was? Was können Sie sich beide nach dem anhören? Phantom Prerete. Ja. Ich mach mal den. Meine Damen und Herren, bitte räumen Sie jeden Zweifel aus dem Weg und antworten Sie, wenn Sie die richtige Antwort kennen. B. Okay, dann nehmen wir halt B. Ich werde B nehmen. Jetzt kommt die Frage von mir, die Sie bestimmt nicht hören möchten. Sehen Sie sich sicher? Gehen wir, gehen wir heute, heute. Weiter. Ja, das ist definitiv meine Antwort. Och, Digga, der geht mir auf den Sack. Mach doch. Dies war ein letztes Wort. Jetzt. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Das stimmt. Ja, ich hab's doch heute in den Joker, wäre das was wert. Sind Sie bereit für die nächste Frage? Das weiß ich. Rebo, okay. Hut, nein. Wookies. Taun, taun. Taun, taun. Okay. Das ist ein Wookie. Die richtige Antwort ist C. Ähm, sind Sie davon überzeugt? Gab's sogar schon ein... Ja, das ist definitiv meine Antwort. Gab's auch. Ein ausgewöhnliches Worten ist. Na, ob es wohl die richtige Antwort ist? Wunderbar. Diese Summe ist schon mal sicher. Sein Blick tötet mich. Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst. Denn hier ist die nächste Frage. Das ist die Schlange K. C, los geht's. Heute ist mein K. Gut, und nehmen wir uns. Insofern ist das richtig. Genau. Wer will mir noch nie geguckt? Aber die Fragen... Dunkelbuck hab ich geguckt, aber wir haben ihn ja nicht. Komm. Und hier ist eine neue Frage, von der ich hoffe, dass sie sie nicht beunreucht. Baltinikum, Baltin. Also. Na los, ich weiß doch die Antwort. Und der ist, glaube ich mal, der ist nach unten. Und der ist nach unten. Ich muss Sie fragen, sind Sie sich sicher? Sprechen wir uns. Das ist definitiv meine Antwort. Komm, gib mir! Jetzt weiter. Dies war Ihr letztes Wort. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Das ist absolut richtig. Jawoll! Tja, bin ich nicht toll? Warte, ich gucke hier nochmal genau, wo Otester liegt. Konzentrieren Sie sich. Hier ist eine neue Frage für Sie. Mittel-Millionen-Stadt in der Ukraine. War ein bisschen falsch, aber in die Richtung. Hört sich um einen Gipfel in der Altgauer-Alten-Altgauer. Ich würde B nehmen. Altgauer, ich höre auch. Sie scheinen von Ihrer Antwort überzeugt zu. Komm. Sie haben alles vergeben, aber leider ist das nicht die richtige Antwort. Das mag den Song, gibt es aber auch. Okay, so endet es also. Ohne Vorwarnung. Mist. Leider nimmt das Spiel für Sie hier ein Ende, aber Sie gehen immerhin nicht leer aus. Ja, 500! Das. Das kann ich mir einen Döner leisten, endlich! Na gut, die Inflation, bald um 5 Dollar. Ah, da geht sich auch, das geht schon. Ich würde sagen, dann war es das mit dem Video heute. Ich stehe jetzt beim nächsten Video und sage dann. Bis dann, Leute. Ciao, ciao!